Was läuft heute in der Frau Wies? Ja, wir güllen. Und zwar mit einem Pumpfass der Marke Schweizer von Schwarzenbach, Kanton St.Gallen. Das Fass hat 3 Kubik Inhalt. Hier ist die Hühlengrube. Unser Maisfeld und die Parzelle, wo wir die Gülle ausbringen. Hier ist die Hühlengrube. 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 Hier ist die Hühle. Untertitelung des ZDF, 2020